Soja lollo und willkommen zu einer Folge Minecraft Advent hier auf meinem Kanal, yo mei Und im Hintergrund sieht man auch das schöne Lagerfeuer hier Ähm, nämlich, die vorige Folge, ähm, okay, gut, ich bin noch erinnert, okay Ähm, Dings, die vorige Folge haben wir nämlich, ähm, sind wir hier in die Stadt eingezogen Jetzt bin ich schon eine Nacht hier geschlafen in dem guten alten, äh, Ferienhaus, äh, glaube ich nennt man das hier Und, äh, genau, ich wollte schauen, weil ich hab hier nämlich, genau, ja, die Schnitzel sind schon fertig Ich hab mir nämlich hier Schnitzel am Ofen gehauen, so, nice, okay, ähm, ich weiß nicht, äh, vorhin haben wir auch gesehen Infolge, Folge irgendwie, war so ne Art, äh, also war so ein komischer Typ, der irgendwie rumgegangen ist Keine Ahnung, wir haben uns nachher angesehen, nachher bin ich ihm weggegangen Und, äh, ja, werst du nicht weiß, johannsdreißig.shop für Assafding, äh, für ein Federmäbchen Ich hab schon ein Bild gesehen, ähm, von einem, der einen Rucksack hat hier, äh, ähm, in real life hier Äh, der einen Rucksack von meinem Shop hier gekauft hat Äh, richtig cool eigentlich Und, ja, und der hat sich auch richtig gefreut Genau, werst du nicht weiß, man kann, äh, es gibt ja Rucksäcke, also hier sieht so der Rucksack circa aus Äh, da gibt's auch so ein Turnbeutel, also falls ihr irgendwie in der Schule turnt oder so Oh, ich hab irgendwelche Garage gehört, oh, oh, ist er da drüben ist Ähm, hier hab ich, äh, gibt's auch, äh, Dings, Pullis und alles, wie gesagt, johannsdreißig.shop Und der hat hier gerade angeleitet, warte, ich muss kurz So, 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 ja, was ist denn? Hi, äh, ich glaub, die kriegen jetzt einfach schon wieder kaputt In der vorigen Folge ist die Klinik auch irgendwie kaputt Warte mal, ich baue es einfach ab Oh, okay, jetzt ist das aufgehört Hä? 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 Und da vorne hör ich irgendwie Dings Okay, das ist gar nicht gut Äh, okay, ich glaub, ne, ich nehm die Klinik hier mal mit, ja Und obwohl Ich sitze mal da hin, vielleicht klingen die dann nicht mehr Oh, das ist richtig, äh, recht versteckt Hä? Du, blöde Ich glaub, die ist verflucht oder so Kann auch, ich mach mal da hin Okay Okay, die Klinik hier Ähm, genau, so Hallo Oh, hi, äh, Lebkuchenmann Wie heißt du eigentlich, Lebkuchenmann? Ähm Ja Ah, äh, ja, okay Äh, Dings, willst du hier eine Schnitze oder? Ja, weniger, da hier ist eine Schnitze Wie ist das? Das ist Schokolade Schokolade? Du brauchst Schokolade oder? Das ist Schokolade Oh Äh, oh Willst du? Aber wir läuten da jetzt schon wieder an Ach, weißt du was? Das ist die Pizza Ja, äh, oh nein, nicht der schon wieder Okay, ich mach dir wieder zu Äh, Lebkuchenmann Komm runter mal Lebkuchenmann, wo bist du? Lebkuchenmann Ich glaub, ich ist schon wieder weg Ähm Ja, ich weiß, dass du anleitest Hallo 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 Hi Ja, hi Äh Nein, das ist Hi, das ist mein Haus Und das ist kein Fernseher Und da ist ein Lagerfeuer, ja Das Programm ist langweilig Ein Programm, ja Er spielt gerade nur Feuer Nur Lagerfeuer, verstehst du? Äh Das ist eine blöde Band Eine blöde Band, okay Äh, Band, warte mal Das ist meine Küche Ähm Hast du halt Hunger oder was? Äh, was ist denn hier passiert? Schnee So, so kalt Kalt? Ja, Geburtstag Äh, Geburtstag Äh, wie viele Jahre wirst du denn? Nein Oh nein Sie haben das gleiche Centimeter So Äh, 7 Oh, SF7 Äh, okay Äh, ja 47 Ähm, ja Und, äh Oh Äh Nicht füllen Nein, 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 nein Mach das nicht, mach das nicht Nein, äh, wenn du runter fliegst, dann Okay, wahrscheinlich Oh nein Nein, tu es nicht Tu es nicht Tu es nicht Nein Ja, komm wieder rein Dann kriegst du ein Oh nein Kriegst du das auch da hinten? Was sehe ich denn da hinten? Oh Oh, servus Oh nein, 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 böse, böse, nein. Du hast nicht bezahlt, deswegen werde ich nicht mehr Schnee schaufeln. Okay, nicht mehr Schnee schaufeln, ja, okay. Du kannst deinen Schnee selber wegschaufeln. Den Schnee selber, ich glaube ich muss den Schnee jetzt irgendwie selber schaufeln, glaube ich. Und der ist gerade irgendwie runtergeflogen. Schau mal nach vorne. Dann wirklich selber wegschaufeln. Das war ja der Schnee schaufler, ich habe irgendwie kein Geld, ich muss irgendwie Geld verdienen hier irgendwie. Ähm, oh, oh nein Leute, oh nein. Warte mal, wie viel ist da jetzt so gedehnt? Oh nein, warte mal, ist gerade so eine Lawine, so eine Art Lawine gekommen? Oh nein Leute, komm ich hier durch? Ist hier gleich... Sterbe? Oh nein. Hä, was für eine große Lawine ist da bitte jetzt kommen? Äh, hier ist ein Dings. Was ist denn gerade passiert? Hä, ist da so ein Riesenschneedings kommen? Okay, jetzt bin ich wieder frei. Ne, doch nicht. Ah, jetzt. Oh nein, okay, ähm, da ist hier gerade irgendwie ein großer Eisbocken. Ich bin hier runtergeflogen, alles klar, okay. Äh, das heißt, ich muss wirklich mal schaubern und da... Oh. Was macht er da vorne? Ich habe echt Angst vor dem Typen. Äh, oder geht er, geht er, geht er, geht er, geht er. Warte. Ist er ausgegangen? Ne. Ich weiß es nicht. Ich will mich von dem Typen irgendwie eher fernhalten. Okay, der ist nicht weitergegangen. Ähm, genau, äh, genau. So, so. Gehe ich jetzt mal, ich wollte mal schauen, ob irgendwo der, irgendwo da oben wer wohnt. Ich gehe mal hier zu dem Haus da oben mit dem, mit den Stiegen. Und was macht der hier? Ähm, da ist zugesperrt, gell? Das war letzte Folge noch nicht, oder? War es letzte Folge schon? Äh, ich weiß es nicht. Und da hat er so ein Dings aufgehangen, gell? So ein Weihnachtsmann mit so, mit so einem X. Also mit so, so einem, äh, durchgestrichen. Und, äh, was ist da vorne? Da vorne war ja der Dings, gell? Der, der, Weihnachtsmann. Oh, äh, hi, ähm. Hallo. Hallo, ja, ja. Ich habe einen Eissapfen abgelegt. Einen Eissapfen, äh, achso. Meine Zunge ist jetzt eingefroren. Eissapfen? Meine Zunge ist eingefroren, okay. Oh, bei der Höhle. Äh, bei der Höhle? Bei der Höhle? Schmeckt gut. Wo ist in der Höhle? Hier oben, oder? Äh, oben auf dem Berg. Am Berg? Okay, ich geh mal... Der wohnt da Osterhase. Der wohnt da Osterhase. Okay, ich geh mal raus. Aber der hat irgendwie ein eingefrorene Dings jetzt. Eine eingefrorene, äh, Zunge. Der hat es richtig gedings. Alter, was ist hier? So ein richtiger Tunnel. Oben am Berg, hat er gesagt. Das ist die Frage. Wo ist genau oben am Berg? Oben on the hill, on the hill, on the mountain. Ähm, ist hier irgendwo in der Höhle? Und da ist richtig eine gute Aussicht, gell? Hier sieht man das komplette Dorf. Ich weiß auch nicht, ob noch hier irgendwo wer einzieht oder eher weniger. In dem Haus waren wir auch noch nicht. Keiner, ob er da wohnt. Ähm, oh. Oh, oh lol. Hier ist, glaub ich, die Höhle, die er gemeint hat. Oder? Ist eine andere Höhle. Ich weiß nicht, ob es hier mehrere Höhlen gibt oder einfach nur eine. Äh, hallo, halli, hallo. Ist hier wer? Ich hoffe nicht, dass es gleich irgendwie alles einstürzt hier. Ähm. Hallo? Oh. Besser, besser. Äh. Okay, äh, Leute. Soll ich reingehen und FBI-Opa? Okay, das schreit ich hier nicht. Ähm. Hallo? Alter, wie cool, dass ihr aussieht. Ähm. Hallo? Ich hab Schnitzel und, äh, ich glaub ich bau den Eiszapf mal lieber hier wieder hin. Oh. Äh. Hi. Äh, wer bist du eigentlich? Oh. Hi. Äh, wer bist du? Warum wohnst du in der Höhle? Und, äh, warum gibt's hier gelbe Eiszapfen? Äh. Ich bin ein Engel. Ein Engel? Ähm, okay, äh, alles klar, okay. Äh, aber hast du so einen grünen Typ mit so, mit so einem Hoodie gesehen? Also mit so einem, mit so einem grünen T-Shirt? Ich bin grün. Äh, ja, ich bin grün. Ähm, ja, keine Ahnung, warum wohnst du hier in der Höhle? Hier unten sind ein paar Häuser noch, glaub ich, frei, oder? Ähm. Wenn du grün, da hat hier mein gelbe, mein gelbe Eiszapfen. Den gelbe Eiszapfen, okay, und den blauen, glaub ich, mitgenommen, okay. Ja, äh, und was machst du hier? Äh, ich glaub, Engel sind... Hab ich gesagt, gelb ist nicht gut. Gelb ist nicht gut, das wissen wir eh alle. Ähm, genau so. Ich kann jetzt so einen Engel-Doster aufbauen, irgendwie. Äh, okay, das funktioniert nicht. Früher war alles anders. Früher war alles anders? Was war denn hier früher anders? Noch keine Häuser, noch keine Abgase, oder was? Früher war der Schnee noch weiß. Äh, noch weiß? Äh, okay, äh, ist er jetzt blau, oder, äh, Schnee war weiß. Okay, ich hab noch Schneebälle. Mit dem kann ich, glaub ich, den Typen abschießen, den mit der Glatze. Ähm, und... Wer bist du? Ich bin, ich bin, äh, Julian. Ich bin ja, äh, gestern eingezogen in der Stadt. Oh nein, jetzt bin ich hier runtergefunden. Äh, okay. Okay, ähm, alles klar, okay. Da wohnt jetzt irgendwie... Auf, pass auf! Auf Kaspar. Der geht nie raus. Kaspar? Warte mal, ist Kaspar der Typ, der da vorne lebt? Alles klar. Okay, der Engel. Okay, als ob er einfach Engel lebt, aber... Glaubst du, dass irgendwer an der Verkleidete ist, oder das ist ein Engel, echter Engel? Ich glaub schon, dass es ein echter ist, weil er hat auch Flügel gehabt, die sich irgendwie bewegt haben, oder so. Auf Kaspar. Ich denke, das ist Kaspar, oder? Oh, da rennt er schon wieder. Ähm, hallo, Kaspar. Äh, okay, ich geh lieber mal nicht hin. Und hier, warum ist denn eine riesige Lawine gekommen? Oh nein. Ähm, okay, ich geh mal hier, ähm, wieder rein, hier zu Hause. Oh, hi. Oh nein, ich tue schon wieder. Ja, servus. Ja, äh, hallo. Ähm, nein, ich hab den Sonnen... Ja, perfüscher Party. A-a-party? Ähm, nee, da ist eigentlich keine Party. Ich hab eigentlich, äh, nicht wirklich Partys hier und das... Wo ist die Party? Die Party? Äh, okay, warte mal, Leute. Äh, die Party, die ist, äh, da vorne bei mir lebt, Kuchmann. Ah, ich hab's gefunden, die Party. Danke. Die Party? Warte mal, wo ist der reingegangen? Wo ist der hier gerade reingegangen? Äh, okay, ich glaube, es wird einfach wieder hochgefunden, äh, eher der Party gefunden. Party? Oh nein, ich geh auch schon wieder. Hallo? Nein, keine Party. Nein, nein, böse, böse, böse. Wo ist denn der Vorstand? Ich glaube, wir haben Party hier. Party! Party! Oh nein, ich hab den Lebtuch noch. Oh nein. Äh, was für Party? Es geht eine Party. Okay, Schneebälle. Schneebälle! Nein, ich glaube, es hat nicht geholfen. Ähm. Hallo? Oh, komm, warte. Ich muss aufs Klo. Komm, 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 geht das, geht das, geht das? Ich kann's nicht mehr halten. Oh nein. Oh nein. Was passiert ist? Oh nein, warum hast du hier, äh, äh, ähm, ja, warte mal, kann ich, kann ich, kann ich, da will ich nicht baden. Nicht baden, oh nein. Kannst du, es geht ja nicht mal raus hier, oh nein. Äh, wir müssen, keine Party. Es riecht sogar noch nach Zitronen, die ich gegessen hab. Ach, Zitronen, okay. Warte, ich geh mal hier hoch, kann ich irgendwie von oben rein, war da noch irgendwie, da war ja irgendwo ein Fenster kaputt, oder? Oh, Party. Hier hängt sogar Schnee hoch, okay? Recycling. Recycling? Okay, ich muss jetzt irgendwo, glaub ich, ein Fenster rein machen, dass ich nicht unten ganz da rein gehen muss. Dann kann ich hier von der Seite rein. Hier ist ein Fenster. So. Oh, ich bin wunderschön. Zitronensaft ist jetzt wieder in mir. Warte mal, Zitronensaft ist jetzt wieder in dir? Hä? Warte mal, hat der das wieder aufgesaugt gerade? Äh, ja, Party. Äh, warte mal, hat eigentlich irgendwer schon mal dir gesagt, ja, das ist Angst. Böse. Wuhu. Buh. Party? Party? Party. Na, komm, jetzt alle zu mir rein. Äh, Uts, 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 ja genau. Ähm, ja, hier. Warte mal, wo ist denn der Ding? Ich glaub, der, der Lebkuchenmann ist hier irgendwie jetzt abgehauen, weil, was so ein Geist. Äh, Dings, ich wollte jetzt eigentlich noch... Ja, dann geht die Party. Die Party? Äh, oh nein. Seid ihr aufgedreht? Party. Ich glaub, ich hör das nicht, war das Sekunde, ich muss das sagen. Jetzt hör ich's gleich. Party. Oh nein. Ist es laut? Party. Party. Okay, ich geh jetzt irgendwie erst mal hier rüber. Okay, ich glaub, die machen Party. Ja, die werden schon nicht zerstören hier und ich muss dir irgendwo eine Schaufel besorgen hier. Oh nein. Ach, Hengst, mein Freund. Grüß die Brunhilde von mir. Hengst, mein Freund, okay. Ähm, ich hab nämlich, äh, ich wollte hier nämlich noch schauen. Hier ist Zug, äh, hier ist Zugedings, gell. Vielleicht schauen, wer hier oben wohnt in dem Haus. Hallo, ähm, wohnt hier irgendwer? Vor allem ist abgesperrt, gell, also Stopp steht da. Weiß nicht, ob da noch die Straße weitergemacht wird. Hallo? Ding Dong? Ähm. Hallo? Ich weiß nicht, ob ich hier drin habe, wer wohnt. Ding Dong? Äh. Scheinbar ist hier die Wohnung leer. Okay, da fahrt ich's auch noch ein Haus. Einen Moment. Oh nein. Komm mal. Einen Moment. Äh, hi. Hallo? Ja, bist denn du, ähm, hi, äh, wohnst du hier? Ich bin normal, wie geht's dir? Äh, mir geht's gut. Äh, seit wann wohnst du hier? Ist das dein Haus, oder? Das ist mein Ferienhaus, ja. Meine Eltern haben das mir geholt. Ach, mein Ferienhaus. Ja. Okay, ähm, deine Eltern, als ob deine Eltern so reich sind. Ja. Cool, das Haus hier ist. Fangen wir aus sich. Also Bitcoin, okay, ist ne Toilette. Bitcoin, äh, du meinst eher mein Coin, oder? Bitcoin. Bitcoin. Au! Nicht hochgehen, nicht hochgehen. Warte, 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 warte. Ey, ey, ey. Oh. Ich hole die Polizei. Es gibt keine Polizei. Es gibt keine Polizei. Eigentlich würde ich an Freunden, aber das heißt, okay. Ich will das Jagdgewehr von meinem Vater. Nein, 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 nicht das Jagdgewehr. Wie bist du? Hi. Äh. Oh nein, oh nein, wirklich Jagdgewehr. Oh, 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 oh. Okay, schnell, schnell, weg. Wer, 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 wer. Oh nein. Oh, oh. Okay, ich hab die Geschenke gestohlen. Warte mal. Ich glaub, ich hab hier noch keine Geschenke hier für mein, äh, Weihnachtsdings. Oh. Hi, Angel. Ich hab grad keine böse Tat getan. Wen denn? Äh, ihn? Den kleinen Typen, glaub ich. Kaspar. Kaspar, was hat ein Kasper falsch gemacht? Beobachtet. Beobachtet. Er will es schon wieder tun, dieses Jahr. Was will er tun, schon wieder? Äh, genau. Oh, oh. Okay, jetzt bin ich davon, glaub ich, überzeugt, dass das ein echter Engel ist, denk ich. Alles klar. Das heißt, ich muss irgendwie Kaspar aufhalten. Warte mal, ich mach das so. Ähm, okay. Oh nein, jetzt kommt schon wieder irgendwer. Hallo. Äh, hallo. Ich bin der... Oh. Gelber Schnee. Äh, gelber Schnee. Bisschen, bisschen, bisschen. Gelber Schnee. Gelber Schnee. Äh, gelber Schnee. Ich hab kein gelber Schnee. Äh, da hast du gelben Schnee. Gelber Schnee. Gelber Schnee. Äh, äh... Mann, was passiert hier? Äh, kommt hier wieder? Hier, oh. Äh. Nein, 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 nein. Nein, böse, böse. Warte mal. Ich glaub, ich komm mal ganz tatsächlich in Lawinen, oder? Oh nein. Ähm, gelber Schnee. Ja, warte mal. Ich hab ja... Warte mal, wo ist denn... Gelber Schnee? Gelber Schnee, ja. Hier hast du gelben Schnee. Schau. Leg mal daran. Leg mal daran. Warte mal. Mach das. Gelber Schnee. Gelber Schnee, ich hab kein gelber Schnee. Geh raus und... Und mach gelben Schnee. Oh. Roter Schnee? Warte mal. Roter Schnee? Äh, okay. Was ist gelber Schnee? Okay, ich hab da jetzt irgendwie so ne Dings... Ja, was ist denn gelber Schnee? Du bist auch ein gelber Schnee. Du hast gelber Schnee im Kopf. Gelber Schnee. Ähm. Gelber Schnee? Okay, äh. Warte mal, ich schau noch hier schnell, ob man hier drauf zugreifen kann. Okay, es geht nicht. Man sieht schnell... Gellber Schnee? Ja, es kommt 30. Warte mal kurz. Gelber Schnee. Schwarz war Schnee? Schwarzer Schnee? Äh. Gelber Schnee? Äh, gelber Schnee. Ja, zeig mir gelben Schnee. Geh zum gelben Schnee. Komm. Geh zum gelben Schnee. Ich mach jetzt gelben Schnee. Machst jetzt gelben Schnee? Äh. Okay, warum man auch immer jetzt gelben Schnee macht. Genau, ich wollte jetzt noch zeigen hier. Nehme ich erst 30. Job. Wer es noch nicht weiß. Hier, Juni, ja noch 30. Job hier. So, äh. Für den saftigen Frazel-Match hier. Ähm, genau. Nämlich. Wer es noch nicht weiß, es gibt hier so einen Frazel-Hoodie, der richtig cool aussieht. Und, ähm, genau. Die Frazel-Hoodie ist auch richtig flascht. Ich hab sie auch in echt hier. Und es gibt auch so ne Art Handy-Hülle. Also nicht so ne Art, sondern äh. Es gibt auch so ne Handy-Hülle. Für all, fast alle Handys. Also, falls ihr noch irgendwie eine Handy-Hülle sucht oder so. Oder euer Handy keine Hülle hat. Und die Hülle kein Handy hat. Äh, dann unbedingt hier, Juni, ja noch 30. Job abchecken. Und, äh, ja. Will ich jetzt irgendwie auch sagen, das war's hier für die Folge. Äh, das war unbedingt ein Like. Und aktiviert die Glocke unbedingt, um für mehr Minecraft Advent hier, Jomei. Äh, ich schau vielleicht demnächst, äh, zu Dings rüber. Zu, äh, Kasper, glaube ich, heißt der. Ähm, und schau mal, ob da irgendwas ist. Oder was sie irgendwie macht. Weil eigentlich, ich glaub, der, der mag irgendwie nicht Weihnachten oder so. Und er will's schon wieder tun zu Weihnachten. Ich weiß nicht, was genau er damit meint. Wie gesagt, lasst ein Like, Leute, und, ähm, abonniert mich unbedingt für mehr Minecraft Advent. Und schaut ihr erst mal 30. Job dabei. Und, ciao! Und, ciao!